Die MMI Navigation Plus mit MMI Touch Response bietet Ihnen höchsten Bedienkomfort. Ein personalisierbares Menü, praktische Infotainment-Lösungen und vernetzte Online-Dienste unterstreichen den innovativen Charakter. Im Fahrzeugcockpit befinden sich drei hochauflösende Displays, zwei MMI-Displays und das Audi Virtual Cockpit. Mit ihm haben Sie fahrrelevante Informationen direkt im Blick. Auf dem oberen Display steuern Sie die Infotainment-Funktionen. Die Bedienung erfolgt dabei nicht nur durch einfaches Berühren, sondern auch durch richtiges Drücken, fast wie auf eine echte Taste. Zudem können Sie Touchgesten wie Wischen oder Scrollen nutzen, so wie Sie es von Ihrem Smartphone gewohnt sind. Dank der MMI Touch Response Technologie mit haptischem und akustischem Feedback fühlen und hören Sie, was auf dem Display passiert. Die Ansicht des unteren Displays wechseln Sie mit einem Klick. So erhalten Sie Zugriff auf Ihre persönlichen Shortcuts. In beiden Ansichten können Sie Einstellungen von Klima- und Komfortfunktionen vornehmen. Die MMI Navigation Plus unterstützt LTE Advanced und bringt zahlreiche Audi Connect-Dienste an Bord. Wie die Google Earth Kartendarstellung, eine praktische Point-of-Interest-Suche sowie Gefahreninformationen. Kartenupdates können online abgerufen und an Ihr Fahrzeug übermittelt werden. Die intelligente MMI-Suche ermöglicht eine komfortable Zieleingabe. Das MMI erkennt ganze Wörter in Schreib- und Druckschrift oder übereinandergeschriebene Buchstaben. Im Stand steht eine Tastatur zur Verfügung. Das MMI berücksichtigt bei der Suche Ihren Standort, Ihr Adressbuch oder auch Ihre letzten Ziele. Außerdem können Sie mit nur einem Klick auf die Online-Ergebnisse der Google-Suche wechseln. Das Navigationssystem lernt Ihre Fahrgewohnheiten kennen und kann Sie so noch besser unterstützen. Der persönliche Routenassistent ermittelt auf Wunsch auf Basis von bereits gefahrenen Strecken selbstständig Routenvorschläge, wobei er Wochentag, Tageszeit und aktuelle Verkehrsbelastung mit einbezieht. Sie können die Navigationskarte drehen, kippen oder zoomen. Eine erweiterte 3D-City-Darstellung von vielen europäischen Großstädten erleichtert die Orientierung. In den Einstellungen können Sie die Navigation auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Aktivieren Sie beispielsweise Zusatzinformationen oder die Verkehrsinformationen online, die Ihnen in Echtzeit in der Karte angezeigt werden. Nachdem Sie das Fahrzeug verlassen haben, können Sie Ihre Route über die MyAudi-App auf Ihrem Smartphone fortführen. Dank der natürlichen Sprachbedienung steuern Sie das Audi MMI auch komfortabel während der Fahrt. Sprechen Sie direkt und ohne festgelegte Kommandos, wo auch immer Sie sich gerade im Menü befinden. Die MMI Navigation Plus verarbeitet Ihre Suchanfrage on board und online und findet im Dialog mit Ihnen die Informationen, die Sie gerade brauchen. Ich habe Hunger. Es wird nach einem Restaurant entlang der Route gesucht. Bitte nennen Sie mir jetzt weitere Suchbegriffe oder wählen Sie eine Zeilennummer. Italienisch. Ich suche nach Italienisch entlang der Route. Sie können jetzt weitere Suchbegriffe sagen oder eine Zeilennummer wählen. Zeile 2 Das Audi MMI bietet Ihnen viele Möglichkeiten, das Fahrzeug individuell auf Sie einzustellen. Wichtige Hauptmenüs wandern auf Wunsch einfach nach vorne oder auf die Direktzugriffsleiste. Durch langes Drücken können beliebte Medien, wichtige Navigationsadressen sowie Kontakte oder Fahrzeugfunktionen, die Sie regelmäßig benötigen, als Shortcut angelegt werden. Sie können bis zu 32 Shortcuts speichern. Das Bearbeiten ist ebenfalls über die Long-Touch-Funktion möglich. Shortcuts können im Bearbeitungsmodus je nach Bedarf wieder gelöscht oder verschoben werden. Ihre wichtigsten Funktionen erreichen Sie so mit nur einem Klick. Sie können insgesamt sechs Profile selbstständig konfigurieren. Nutzt eine andere Person das Fahrzeug, kann das Profil einfach gewechselt werden. Im Anschluss werden neben sämtlichen Menüeinstellungen auch die jeweilige Lenkrad- und Sitzposition sowie viele weitere Individualisierungen geladen. Die MMI Navigation Plus mit MMI Touch Response. Innovative Navigationstechnik, intuitive Bedienung und ein hohes Maß an Personalisierung.